Es war alles angerichtet für das Topspiel der Handball-Bundesliga. Erster gegen Zweiter. Die Sparkassen-Arena seit Monaten ausverkauft. Nach eher verhaltenem Start bei der Teams drehte der THW auf und konnte sich zur Pause eine Drei-Tore-Führung herauswerfen. Natürlich ist es so, dass seit Wochen die Mannschaft auf dieses Spiel gewartet hat. Dann geht es um eins gegen zwei und für uns war es ganz wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist immer schon gelungen, auch unter schwierigen Bedingungen. Der THW überzeugte mit einer kompakten Defensive und hatte mit Niklas Landin einen erneut bärenstarken Rückhalt, der gleich 20 Bälle entschärfte. Im Angriff ist Joan Canelas der überragende Mann und wird mit neun Treffern bester Schütze bei den Zebras. Manchmal passiert es, du hast einen Tag wie heute, wenn alles funktioniert. Das Problem ist, es passiert nicht hier. Wir sind nicht sehr konstant. Aber wir haben eine gute Meisterbund, wenn wir kämpfen und wir sind alles motiviert wie heute und mit uns alle. Gerade nach der Pause spielt sich der THW in einen regelrechten Rausch und baut die Führung auf acht Tore aus. Die Zebras demonstrieren nun ihre spielerische und kämpferische Überlegenheit. Unglaublich, was die Jungs aus sich herausgeholt haben. Alle Mannschaften, die in drei Wettbewerben antreten, das haben wir ja bis letzten Mittwoch noch. Dass heute noch mal so eine Leistung drin war und auch die Abwehr so gestanden hat, insgesamt. Phänomenal. Unser Ziel heute war der Sieg. Nicht mit elf, zehn oder acht Toren, sondern nur gewinnen dieses Spiel. Aber so mit elf, das war ein bisschen überraschend für uns auch. Und ich glaube, jetzt ist auf Rhein-Neckar richtig Druck. Mit dem Sieg sind die Zebras in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Rhein-Neckar Löwen dran. Es wird also wieder richtig spannend in der Handball-Bundesliga. Heute war es ein hervorragendes Spiel von uns. Von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Unser Abwehr stand überragend. Niklas hat auch super gehalten. Und ich kann auch sagen, diese Halle trägt einen zum Sieg.